Musik Wie geht's raus? Ein Operetten-Exit-Game. Hier steht, dass wir würfeln müssen und dann blättert man auf die Seite, die man gewürfelt hat und folgt so der Story. Also, du bist Lisa, die Tochter von Graf Lichtenfels. Du bist auf der Suche nach der großen Liebe. Hier hat die Liebe uns ins Herz gesenkt, uns den süßen Rausch und den bittersüßen Schmerz geschenkt. Wie ein Mann der Schmerz vor mir lastet, bei dem ersten Kuss, bei dem ersten Kuss, auf die schöne Welt. Hier hat die Liebe in das Herz gelegt, in das weiße Herz, das sehr gesundheitlich steckt. Wie ein Mann der Schmerz vor mir lastet, Wie ein Mann der Schmerz ist, das sehr gesundheitlich steckt. Wie ein Mann der Schmerz vor mir lastet, bei dem ersten Kuss. Wie ein Mann der Schmerz vor mir das auch. Hier werden auch noch eine solche Folge. Wie ein Mann der Schmerz vor mir.